Eine große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit, das ist ein Geschwätz der Schweinepfaffen. Mitreit ist eine Ursünde, ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verraten gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampe in jeder Außenseiter als Gemeinschaftsfremd-Tod. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für die Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen bei Radotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler! Unter all ausgerechnet Himmler! Der treueste Vertreue! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Er war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Künstler! All die anderen! Ja, 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 ja! Aber Himmler! Ja, ist das jetzt wahnsinnig geworden! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank! Ja, vielleicht schon dort! Bitte! Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein! Und holen Sie mir, Fägelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden! Dann suchen Sie ihn eben! Ich will Fägelein sehen! Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Fägelein!